Hallo, ich bin Eric Featureman, VMS-Experte bei Milestone. Heute geht es darum, wie Milestone Interconnect-Unternehmen bei der zentralen Verwaltung verteilter Überwachungsanlagen helfen kann. Hier bei Milestone tun wir unser Bestes, um sicherzustellen, dass unsere Anwender ihre Installationen mit maximaler Effizienz und minimaler Komplexität verwalten. Das gilt auch für diejenigen, deren Installationen auf verschiedene geografische Standorte verteilt sind. Milestone Interconnect ist eine einzigartige Lösung, die es Unternehmen mit verteilten Überwachungsanlagen, dazu gehören unter anderem Einzelhandelsketten, Finanzinstitute und Regierungsbehörden, ermöglicht, einzelne Systeme zu einem einzigen zentral betriebenen und verwalteten System zu vereinen. Die Logik hinter Milestone Interconnect ist einfach. Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Edge-Systemen, wie beispielsweise ein beliebiges lokales X-Protect VMS oder Husky NVR, per Fernzugriff mit einer zentralen Überwachungsanlage von X-Protect Corporate verbinden. Dank einer abgestuften Überwachungsarchitektur kann jedes der kleineren lokalen Edge-Systeme vor Ort betrieben und verwaltet werden. Ganz so, als wäre es ein unabhängiges System. Die Sicherheitsmitarbeiter in der zentralen Betriebszentrale haben dabei sofortigen und vollständigen Zugriff auf Live- und aufgezeichnete Video- und Audiodaten, unabhängig von der Art des verbundenen Systems. Ganz so, als wäre es direkt damit verbunden. Milestone Interconnect steigert die betriebliche Effizienz durch Echtzeitüberwachung, virtuelle Patrouillen und Vorfallsreaktionen an allen miteinander verbundenen Standorten. Darüber hinaus sorgt es für betriebliche Einsparungen, indem es den Bedarf an Personal vor Ort mit Systemverwaltungskenntnissen sowie die Notwendigkeit von Standortbesuchen für den Video-Export maßgeblich verringert. Basierend auf Netzwerkstabilität, Bandbreite und individuellen Einstellungen, können Anwender von Milestone Interconnect die für ihre Anforderungen und ihren Betrieb am besten geeignete Speicheroption wählen. Lokaler Speicher für minimale Netzwerkbelastung, zentraler Speicher für häufige Videountersuchungen und Exporte oder hybrider Speicher. Eine Option, bei der Videos vom lokalen System in das zentrale System hochgeladen werden können, um die Videobearbeitung und Langzeitsicherung zu ermöglichen, wenn die erforderliche Netzwerkbandbreite verfügbar ist. Bei Netzwerkunterbrechungen oder Störungen arbeitet jedes der miteinander verbundenen Systeme weiterhin autonom und verbindet sich automatisch wieder mit dem Zentralsystem, sobald die Verbindung wiederhergestellt ist. Unabhängig davon, wie verteilt Ihre Installation ist, können Sie mit Milestone Interconnect sicher sein, dass Ihr Unternehmen immer einwandfrei funktioniert. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Milestone-Vertreter vor Ort oder lesen Sie die vollständige Funktionsbeschreibung auf unserer Website.